Ein Zuhause mit Christian Amirah Ali baut 2025 ihr Traumhaus Das vergangene Jahr war sehr turbulent für Amirah Ali, 32. Mit der Scheidung von Ex-Mann Oliver Pocher, 46, und dem Beziehungsouting mit Christian Dürn, 34, sorgte die Moderatorin für einige Schlagzeilen. Auch für 2025 hat die Beauty schon große Pläne, wie sie ihrem Bruder Hima in deren gemeinsamen Podcast Liebesleben verrät. Ich habe endlich meine Baugenehmigung. Der Bau geht los, berichtet Amirah begeistert und erzählt davon, dass sie nun endlich ihr geplantes Traumhaus realisieren könne. Ein Zuhause nur für sie und die Kinder? Anscheinend ist noch ein weiterer Bewohner geplant. Wer mir so einen süßen Adventskalender bastelt, zieht natürlich auch mit mir ein, verrät die Österreicherin mit einem Augenzwinkern. Wenn alles nach Plan läuft, solle das neue Heim schon im kommenden Jahr fertig werden. Gegenüber der Bild verrät Amirah auch, dass es aktuell noch keine konkreten Pläne zum Zusammenziehen mit dem Fernsehmoderator gebe. Jedoch sei es gut möglich, dass Christian seinen eigenen Schlüssel für das neue Zuhause bekommen wird. Im Moment sind es aber wohl ganz andere Themen, über die sich die 32-Jährige den Kopf zerbricht. Bauen ist Hardcore. Es gibt ein Vogelschutzgesetz, Genehmigungen für Bäume. Was sich alles an Behördengängen und Themen hatte die letzten Monate, ist krank, erzählt die zweifache Mutter. Vergangenen Juli machten die Unternehmerin und der 34-Jährige ihre Beziehung offiziell. Trotz regelmäßiger Sticheleien ihres Ex scheint Amirah mit Christian an ihrer Seite glücklicher denn je zu sein. Auch zu ihren Kindern habe der Tuff-Moderator in den vergangenen Monaten eine tolle Beziehung aufgebaut. Im Liebesleben verrät sie, wie liebevoll er sich um ihre Jungs gekümmert habe, als sie wegen eines Drehs verhindert gewesen war. Untertitelung des ZDF, 2020